Damals habe ich gesagt, ich will mich austoben, ich will mich medizinisch austoben, ich will viel lernen und ich will genau mit diesen Patienten arbeiten. Mein Name ist Oliver Borsch, ich komme aus Grazruhe und arbeite in der Helios Klinik für Herzchirurgie als Krankenpfleger. Wir sind eine sehr spezialisierte Klinik und auf sehr hohen Lüge medizinisch. Operationstechnik führen wir die sogenannten Tavi-Operationen aus, das sind wir einer der größten in Deutschland. Das ist eine spezielle Herzklappenoperation, die über den Herzkatheter läuft, also quasi komplett ohne großen Schnitt, ohne dass der Brustkorb eröffnet werden muss. Wir arbeiten in einem Bereich, in dem man jederzeit mit allem rechnen muss und da meine ich auch mit allem. Und das kann man nur über das Team machen, das geht nur über das Team. Wir bieten bei uns auf der Station eine Weiterbildung, eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Krankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie. Und die gibt dann quasi das Rüstzeug, die Arbeit noch besser ausführen zu können. Für die Patienten machen wir einen wichtigen, einen sehr wichtigen Job. Für die Patienten machen wir einen sehr wichtigen Job.